Notfallzentralen Häuschen. Was ist? Warum haben Sie Angst? Aha, Sie sind an einem Häuschenbauen. Und jetzt haben Sie Angst, dass Sie das nicht mehr zahlen können? Ja, da kann ich Ihnen versichern, Sie brauchen überhaupt keine Angst zu haben. Nein, 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 nein. Ja, ganz im Gegenteil, gell? Ja, ja, sei das Bauen, das wird ausinnig günstig jetzt im Moment. Erdwärme, ja eben, also, schauen Sie doch. Die Credit Suisse-Aktien sind doch jetzt so tief im Boden eingerammt worden. Da brauchen Sie nicht einmal mehr Sporen für Ihre Erdwärmesonde, gell? Dann haben Sie schon Sporen. Danke, danke.